Wir gehen auf große Tour und ich leite dich zu einem inspirierenden Abend voller Freude, voller Motivation und Hingabe ein. Erlebe eine gerappte Liebeserklärung an das Leben. In meinem Konzert möchte ich dich dazu inspirieren, dass du deine Potenziale voll und ganz lebst, dass du in deine Kraft kommst und dass du ein Leben voller Freude kriegst. Denn dafür sind wir hier und das haben wir verdient. In meiner Form von musikalischem Coaching kombiniert mit inspirierenden Vorträgen und meinen Songs möchte ich dich dazu inspirieren, deine Kraft voll und ganz zu leben. Wir sind in sehr vielen Städten, unter anderem in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, in Köln, in Freiburg, im Saarland, in Chemnitz, in Gütersloh, in Dresden und in vielen, vielen verschiedenen Orten und wir laden dich dazu ein, dabei zu sein. Checke jetzt alle Daten auf seo-music.de, sichere dir dein Ticket für deine Stadt und begleite uns auf Tour. In diesem Jahr geben wir auch ganz besondere Workshops, die folgenden Zeichen-Workshops passend zu meinem neuen Buch, in denen meine Gefährtin Johanna und ich dich inspirieren möchten, deiner Intuition noch direkter zu lauschen, immer klarer in deinem Herzen zu sein und Wege zu einem leichten und erfüllten Leben zu kreieren. Wir haben außerdem grandiose Unterstützung mit dabei, die Sängerin Annika Dietmann ist in sehr vielen Städten als Vorgruppe mit dabei, wir haben Specials in Theaterkonzerten wie in Köln, in Berlin, in Augsburg oder in Steyr in Österreich, wir haben Piano-Begleitung von Marius Mikat in Köln dabei, der großartige Rapper Rhymler-Bands unterstützt mich außerdem in vielen Städten mit seinen Songs auf Tour im Vorprogramm und jetzt fehlt's nur noch du. Connected mit dem Himmel, durch das Seil aller Dinge, so wie Wurzeln verbunden, tief im reichweiser Stille, die Größe liegt oft in einer winzig kleinen Hülle, drum erfüll dir deine Wünsche und erwünsch dir eine Fülle. Du bist aus Sternenstamm, die Melodien aller Planeten sind deinem Herz vertraut, Sternenstamm, dein Potenzial wird schöpferisch, erkennt die Göttlichkeit in dir und die Portale öffnen. So wurdest dieser Welt gesandt und auf die Erde geschickt, damit sich das gesamte All in deinem Herzen ablehnt. Du hörst die Sprachen aller Sterne tief im kosmischen Gewebe und entfaltest pure Schönheit durch die Knospe deiner Seele. Du bist göttlich und wurdest auf die Erde geschickt, damit die Schöpfung sich in deinem eigenen Herzen ablehnt. Du sprichst die Sprachen aller Sterne tief im kosmischen Gewebe und entfaltest pure Schönheit durch die Knospe deiner Seele. Erlebe einen Abend, der dich lange inspiriert und der dir auf jeden Fall sehr viel Freude schenken wird. Du kannst bei einem Gewinnspiel bei jedem einzelnen Konzert auf meiner Facebook-Seite mitmachen. Wenn du interessiert oder teilnehmend klickst, nimmst du automatisch bei der Start deiner Wahl an einem Gewinnspiel teil und ansonsten schau dich auf der Seite um und lass dich inspirieren. Und sichere jetzt dein Ticket unter www.seo-music.de Folge den Zeichen, eine gerappte Liebeserklärung an das Leben. Stärke deine Sensitivität, weil das Herz alle Grenzen des Denkens widerlegt. Vom Hochgebirge bis zum Auenland erstrahlen Lotusblüten wie von Zauberhand. Kosmisch connected betrete ich die Welt ohne ein Wort im morphogenetischen Feld. Mit nichts außer Liebe als Rüstung vor Gift baue ich zwischen den Welten die Brücken aus Licht. Samurai, dies ist geballte Energie, deine Kraft führt deinen Weg, denn die Reise endet nie. Mit nichts außer Liebe als Rüstung vor Gift baue ich zwischen den Welten die Brücken aus Licht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!